Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Red Dead Redemption 2. Ich denke mal der Angel ist hier auf der Ranch, ne? Gehen wir mal zu dem. Das ist, glaube ich, das einzige, was wir gerade machen können. Der in der Folie, ne? So, Mr. Charles, mit der Angel, aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Aber wir brauchen besser, wenn wir unser Fortsack nicht machen können. Gehen wir, was wir auch mal bei den Armener essen. Seht, wir leben, wir sind. Wir werden die Fortschreitungen ohne Gefahren zu sehen. Wenn mit dem Übelchen und den Hondslehen der Flasche, den H конц zu bewegen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020